so es wird wieder eine nächste runde aufgenommen wieder als diese jackson daniel dabei oder immer noch jetzt jetzt geht's los mit waffen nein das ist nicht nur davon kann ich einfach den todes vorteil jetzt das stellen wir mal gucken wir mal ob man es merkt ja also ich kann gar nicht mehr mit dem zentorno fahren jetzt wo ich so gewöhnt bin vom insurgent nicht viel als wenn es sich gezählt hätte ich bin einfach genau durch die ja danke sind ein paar kleine danke euch haha die aber auch fehl ich hab's gesehen junge ich bin schon nicht durchgedriftet und dann kommen ja auch noch so leute und die kamen die sich bei sparten er hat no chance gegen die soja genau mitten in den arsch da mitten in den arsch jungen genau was ich nicht mit färben spiel machen kann das machen kick in den aber das hat natürlich trotzdem sehr gut geklappt ich denke ich muss jetzt kommen die ganzen ausreden ja kommt 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 erzählt ich denke immer ich denke die ganze zeit dass ich diese punkte nicht erwischt aber dann erwischt es irgendwie doch ja nein das hat geklappt ja ich hasse ihn richtig hart ich hasse ihn richtig hart er boxt mich einfach über die hat keine freunde ich wollte mal kurz fragen wer ja nur auf stress aus ist und gewinnt einfach natürlich junge ah nein scheiße kacke fail wieder verkehrt gefahren aber das hat ja einfach als wenn es der punkt nicht gezielt hätte man es ist ein schlechter witz man ich weiß ich habe schon mal gesagt ich muss einfach noch mal sagen echt nun gehen für das so unnötig ich würde so gern euer video dazu sehen schade weil das würde ich gerne so wie ihr abgeht ja was war er rammt mich am dauernd einfach nur so richtig jetzt hat er echt den checkpoint nicht gezielt das bei mir die ganze zeit ist das war ja genau junge genau nein jetzt nur wie sagt auch fahrt 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 fahr Todesopfer. Todesopfer. Ah, die Kiste geht mal richtig übel ab, oder? Ey, ne. Yay! Nein! Ey, ich hätte so locker gewonnen. Du bist erster. Daniel, du bist ein richtiger. Oh yeah, Alter, das macht richtig Laune. Boah, ich bin, ja klar, logisch, läuft, oder? Habt ihr jetzt wieder eure... Oh, seid ihr gar nicht dabei? Doch, ah, okay, ihr seid vor mir. Okay. Er hat einfach einen vollgetunten Centaur, und wie unfair ist das eigentlich? Ja... Allein von der Beschleunigung merkt man ja gar nicht. Ja, guck mal. Hahaha, lol. Vor allem, wenn du bist so... Vor allem, wenn du bist so... ...richtig der Wind gecrashed. Alter, fick den. Ach, kommt, ihr könnt alle nicht fahren. Ah, die sagt, kommst ran, kommst ran. Nee, irgendwie nicht, ne? Aber jetzt hab ich richtig Angst, weil ihr beide hinter mir seid, und ihr richtig in den Arsch fahren würdet. Du sagst, gehen wir auf Fusor. Ja, komm. Ohohoho, alter, zecken die mich ab. Alter, geil, Synchrondriff. Hast du das gesehen? Die haben uns beide Synchron gedreht. Jetzt bin ich erster. Das war der Plan. Du bist ein Wichser. Du hast einfach nur gedacht... Wer ist ein Gaylord? Hahaha. Ihr seid so schlecht, man. Scheiße, ich hab'n Checkpoint verpennt. Ha? Kacke. Ja, Mann! Ja, Mann! Oh, was? Aber jetzt kommt hier die Stelle, Alter. Ich dachte, ey, jetzt ist die Ziege, Alter. Was? Komm hier! Was? Guck mal, ich hab' ihn richtig asozial umgebrochen, ne? Oh, das Gaudi, echt, ey. Das geht so ab, ey. Er wird einfach richtig asozial umgeschmissen. Immer, wenn ich auf die Bremse trete, hupt die Küste. Trittst du wahrscheinlich nicht auf die Bremse. Doch, doch, doch. Ich sehe ja, dass ich Reifenspuren habe. Ach so. Aber vielleicht ist es doppelt belegt. Das könnte tatsächlich... Ja, stimmt, das könnte sein. Ne, ich weiß, was es ist. Wenn ich auf den Joystick drauf drücke, dann geht die Hupe an. Und die treffe ich halt eben immer mal mit. Ach so, okay. Ja. Haha, wer kann da vorne wieder nicht fahren? Die Seaxe. Ich möchte nur noch kurz erwähnen. Ihr habt schnellere Autos oder nicht? Also ihr habt verdammt schnellere Autos oder nicht? Ne, so viel schneller sind die nicht. Das kommt vom Aufholen. Weil wir haben ja Aufholen und Windschatten an. Das heißt, wenn wir im Windschatten fahren, werden wir ja automatisch schneller. Aber ich weiß gar nicht, ob das über... Ich glaube, wenn man das so ist, das ist gar nicht mal abgesehen von Beschleunigungen. Und so ist es, glaube ich, sogar ganz ausgeglichen. Okay. So weit. Jetzt rühre mich ruhig von meiner Palme runter. Ja, dankeschön. Weißt du, ich wäre schön an dir vorbei. Guck, wenn ich einfach mal in Ruhe fahren kann, dann ist es ganz entspannt. Der Beste von uns kann am schlechtesten fahren. Guck, hab ich ja gesagt. YouTuber-Skill. Äh, du hast da irgendwas übersehen. Easy Axe. Warum? Äh, weil du ein Checkpoint übersehen hast. Vielleicht bin ich einfach schon viel weiter. Ich hab welche übersehen. Aber nur um die Seaxe zu crashen. Schaffst du trotzdem nicht mehr. Erster. Ja. Okay, jetzt kann ich einfach nur weiter, dass ich noch nie beenden kann. Tja. Ich bin einfach too good. Yay. Geschafft. Du hast jetzt irgendein richtiges OP genommen. Er hat auf jeden Fall nicht den Strandbagging. Okay. Der hat den Bifter. Und wenn man genau bei der 1 drückt, äh, dann, dann hat man einen Push, richtig? Wie? Hm, ne. Drück, 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 drück. Ich hab's vergessen, das aufzunehmen. Mach aber nochmal. Alter, das war ne übelste Bodenwelle, oder? Ja, ja. Das war die Bodenwelle des Todes, Alter. Wir fahren hier am Beach lang. Oh, was macht ihr? Sehr feil. Sehr feil. Der Bifter ist schneller als wir, fuck man. Ja, dafür seht ihr ja, oh, alter, krass. Dafür sehen wir cool aus. Ja, genau, genau. Alter, was ist das für ein Jump? Oder? Hey, jump, 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 jump. Wie viele Runden sind das jetzt? Ich hab' gar nicht aufgepasst. Egal. Alter, es sind so viele Bodenwellen, ne? Alles ist ganz schön. Das ist so richtig. Ja, die Kiste fällt sich richtig grottig, alter. Ja, was glaubst du? Alter, hier ist übel, alter, nee. Das wirft mich ja ganz zurück. Alter, die Steine. Ja, die Steine. Ja, die Steine sind übel, oder? Ja, ich stand, ja, hier, das ist so schön. Was ist das jetzt schon wieder? Ey, ich komm' hier nicht durch, gell? Okay, diese Holzbalken. Ich komm' hier nicht durch. Jo! Er ist auch gefailt. Fuck! Oh, da hast du gewonnen. Hehe, jetzt hab' ich grad' die Nachricht bekommen, GTA. Hehe, weil ich hab' grad' gesehen, mein Homie ist online gekommen. Und, hehe, also gleich GTA. Oh, mein Gott. Alter, du bist so ein Sack. Nein! Du solltest dich schämen, Alter. Du solltest dich schämen, Alter. Warum? Nein, du gewinnst 100%, weil ich, oh nein. Oh, 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 oh. Sprügelst du nicht? Ich guck mal, Sankt Daniel ist gar nicht schlecht. Ja, aber auch nur, nur weil ich da eben voll gegen diese Pfosten gefahren bin und deshalb bist du jetzt vorn. Nein, du bist halt ein Pfosten, Junge. Ha, 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 ha. Aha, ha, 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 ha. Wieso beide synchron lachen können, Alter. Ha, 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 ha. Hat mir gefallen, Alter. Ha, ha, ha. Oh, oh, oh. Alter, die Sprünge sind aber echt übel eklig. Ey, ich bin soweit hin, warte mal auf mich, Mann. Ja, okay. Nein, das war ein Witz, Mann. Fahr, fahr, fahr. Achso, okay. Jetzt muss Daniel aber warten, sonst so unfair Warte doch jetzt, Daniel Ja, achso, ich Nein, nicht du, Guzor, fahr weiter, Guzor Hä? Ihr leckt bei mir totes Bei mir steht hier Guzor rum, aber ich sehe gar nicht den als Punkt auf der Map Ey, ey, warte Das ist richtig assi, wenn du jetzt reinfährst, gell Wir haben beide gewartet, wir bleiben jetzt alle da stehen Fahren ein bisschen zurück und fahren nochmal neu Hör auf, fahr nicht rein Drehn um Fahr nicht rein, fahr nicht rein Opfer, Opfer Junge, du warst so schnell, du hättest nicht mehr bremsen können Ich hab extra, ich bin nicht mal extra mit Vollgas gefahren Du wolltest aber auch so, ich geb zu Nein, ich wollte, dass wir nochmal ein fähres Start bringen Ey, immerhin, ey, immerhin 1500 Dafür, dass ich dich reingeschoben hab, alles cool Hast schon gesehen, Guzor, ich bin Champion Ach was Zu gut Herzlichen Glückwunsch, Alter, happy luck Ja, Mann, Lichter hat's jetzt auch irgendwie geschafft Richtig nice Lichter hat Lichter schon gehabt Ja, oh, jetzt Ich hab irgendwas Habe ich was gespoilt, was? machst du bitte mal weiter so schon mal gar nicht da mal super sportwagen es kostet sich kosten aber ich bin jetzt eigentlich eigentlich was auch dafür dass ich todes rush townhall 8 war bin ich jetzt echt voll gut am start eigentlich bei mir ich war ja ja townhall 7 townhall 9 auf nicht mal townhall 7 max ich war townhall 9 8 68 habe ich das erste video gemacht und da war ich schon so viel da hatte ich glaube ich magierturm auf 3 ich weiß nicht mehr in welchem video aber in einer meiner letzten vier oder drei videos blende ich meine tonal 8 und tonal 9 baseline und wenn du mehr gerust passt als das dann kriegst du ein keks ich glaube ich krieg mir keks packung junge ich schwöre du warst nie in dem merkel stadt ich war mit rados level ok ok das ist krass das ist richtig level 47 und jetzt habe ich einen anschluss gefunden auf merke townhall 8 also 95 oder hast aber dich ewig nicht ausgekäst weil das ist schon schlecht level 95 townhall 8 max ist schlecht dann also mitmauern dann dann okay aber ansonsten level 95 da kannst du schon im guten townhall 9 sein aber ich habe die mauern immer noch nur auf siegen das ist das ist für 95 echt schlecht ich war noch alle auf ab zu machen ja gut ich war 2009 ich weiß gar nicht mehr also keine ahnung ich weiß ich bin aber ihr müsst ich schaue mir gleich noch mal dieses guck mal da sind dann so richtig dumme scheiß reifen die man nicht umfahren kann wo ich einfach volle kann dagegen verweichert kommen die farbe mal um die paar reifen nein es gibt gibt der mit die schuld gibt immer der mit die schuld es sind immer die anderen ach komm nein die anderen reifen ja genau du bist hinter mir ich sehe dich oder so ein äster der mich ist ein kleiner punkt ja genau genau so sieht es nämlich aus was geht denn hier gerade echt das hat mir so ein ja genau 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 die ist eine abgegangen erzähl es ruhig erzähl es ruhig aber das gehört hier nicht her das hat mir jetzt wirklich einfach diese jacks piep 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 ja das hat mir jetzt eben wirklich dadurch dass ihr da beide wirklich hart reingefallen seid aber aufholen ist ja an das heißt eure wagen werden jetzt schneller als meine voll unten oder mein du bist jetzt voll leise 20 oder so was er hat gewonnen hat er hat gewonnen krass übel echt also wer ist der super sport car driver so jetzt haben wir schon wieder 20 minuten wir müssen wieder aufhören also zumindest das rennen würde ich schon sagen werden wir noch oder ach so ja wir sind dadurch oder ja 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 klar das wäre fehl ich dachte schon nein man hör auf immer wieder cool richtig money gemacht ja man wir sind money boys das war es wieder ihr sagt noch alle tschüss und dann war es das so bist du nicht gewonnen hat wie immer einen daumen nach oben richtig nach oben tschau